Ich habe mir das Trooper Bier von Iron Maiden bestellt. Progressive Lager, aber unbedingt mal probieren, wie das schmeckt. Britisches Bier ist immer schwierig, dann gießen wir das Ganze doch mal ein und gucken uns mal die Farbe an. Farbe ist schon mal gut, riecht nicht schlecht, aber der Geschmack. Prost! Ja, für ein Lager echt gut.